Hi Leute. Heute ein neues Video. Meine Kamerafrau ist quasi im Urlaub. In Anführungsstrichen, das will ich jetzt aus dieser Perspektive, in der wir auch bleiben können. Wir haben heute ein bisschen was für eine Rumpfstabilität. Einfach mal ein bisschen reinbringen. Ganz locker und gemütlich. Das heißt, wir geben den Liegestütz und dann tippt ihr eure Schulter an. 20 mal. Dann atmet ihr kurz durch. Manche brauchen vielleicht 10 Sekunden Pause, manche eine Minute. Und dann tippt ihr eure Schultern 21 mal an. Kurze Pause. 21 mal. Und so weiter. Und dann zieht ihr das mal komplett durch, bis ihr merkt, ihr könnt wirklich den Rumpf nicht stabil halten. Also mit stabil meine ich, wenn ihr am Liegestütz seid, müsst ihr wirklich schön gerade sein. Und wenn ihr irgendwann merkt, ihr sackt hier durch oder müsst ihr irgendwie ausweichen. Dann haben wir halt Pause. Okay? Also 20, 21, 22, 23 und so weiter. Ich denke, da sind einige Durchgänge drin. Selbst für die Anfänger sind da bestimmt 10 Runden möglich. Sportfrei. Viel Spaß. Bis gleich. Ich bin gleich. Das passiert mir jetzt mal ...